Die Musiker kommt aus der österreichischen Landstadt und Wandel heißt er, erkennt ihn vor allem als Kollaborateur, wie ich mit Schuhe in Briemanns. Aber jetzt hat er aber seine Instruktion mit Wandel und Schuhe veröffentlicht, ist ein Wandel, wo er sich vorstellt hat, dass er sich schon der letzte Mal vorstellt, wenn er sich auf den Office einspielen. Und ich habe gesagt, schau ich mich, will ich auch nicht spüren, aber ganz weit weg gibt es als Wandel. ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017